Ich möchte gerne, dass Solothurn die rollstuhlgängigste Kantonshauptstadt der Schweiz wird und um alles, was damit verbunden ist, ein bisschen zu promoten, dazu nutzen wir dieses Projekt. Ich habe ein Ziel und eine Challenge für diesen Sommer. Ich starte am 11. August auf dem Hausberg von Solothurn, auf dem Weissenstein, mit dem Gleitschirm oder dem Rollstuhl oder beidem. Das Ziel ist Cirona, das liegt 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona in den Pyrénien. Ich mache das fliegend oder eben rollend, auf der Strasse oder in der Luft, was gerade das Wetter, die Taktik oder die Route zulässt. Ich wünsche mir für meine Challenge Weissenstein Cirona noch einen Gegner, einen Fussgänger als Gegner. Jemand, der gut fliegen kann, jemand, der aber auch sportlich fit ist und jemand, der Lust hat, sich da mit mir zu messen. Selbstverständlich kann es auch eine Frau sein. Ich gebe mir 14 Tage Zeit. Ich möchte ein bisschen früher da sein, weil ich da am Meer noch ein bisschen baden möchte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gleiche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.